Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal. Wir sind heute nicht alleine, wir haben die Legende Marc Eggers wird am Start. Wir sind heute hier am Start, was machen wir heute? Ja, wir sind heute ein bisschen auf der Deutschen Kirmes unterwegs, vielleicht mal so dies und jedes macht. Es ist schon ziemlich lang her, als ich das letzte Mal richtig hier war. Das könnte, glaube ich, lustig werden. Komm rein, dann kommst du rein. Nein, dann will ich nicht rein kommen, wer sieht mich denn alles? Alle. Ich kann mir jetzt Namen aufzählen. Andreas, Sebastian, Sukihan. Wir gehen jetzt weiter auf die Kirmes, wir gucken mal was du abgibst, wir probieren ein paar Sachen aus und ab geht's. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir trinken uns erstmal richtig einen Reinhugn davon. Das ist so ein Cocktailstart. Ich trau mich. Das wäre meine Abteilung. No joke. Bei Breakdance bist du doch auch mit dabei. Nein, da kriegst du nicht so selbst ein paar Geschäfte zu haben. Ich hab echt Schiss, ihr habt euch genau den richtigen ausgedacht. Ich trau mich nicht. Hier, Mr. Maiskolb, da sehe ich. Ja, wir gucken mal. Geht ihr überall rein? Die Damen sympathisch. Einen Geschwister? Nein. Ne? Aus Wien. Wir gehen weiter. Viel falsch. Meine kleine Schwester will auch eins. Meine TikTok-Schwester. Fun Fact. Realtalk kurz mal. Keine meiner Videos bin ich betrunken. Wisst ihr? Du bist wirklich alle meine Umfahrten immer in der Stadt. Mir auch. Hier nochmal gestanden. Prost. Prost. So stelle ich mir den Kermisbruch vorne. Das erste, das erste Kölsch in der Fresse. 16 Uhr. Ist das hier die Masche, ne? Man sagt das ja mal nach, Klamis. Aber, boah, ich ist ja noch voll. Doch, komm, wir gehen jetzt mal dahinten und fragen mal. Marc Eggers traut sich nicht auf Breakdance zu gehen. Jetzt ist Antes soweit. Ich słuchte keinen Tag vorbei, dann werde ich kotzen. Und dann kurze Nachts night. Ich gucke mir das richtig gerne an für euch. Nein. Ich nehme meine Tasche. So, 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 so ne? Aufge deep, Leute. Dann fahren wir mal bei der Ne сейчас, ne? Gott sei Dank, haben wir das Gebiss an meinem Kompf hier lên? Jan. Geschäft junto. Tschöö. Entschöööö. Mein Satz kann los gehen. Genau der Fall. Du darfst doch alles sagen. Dann primeils an hier. Kommt und an hier. Du kannst ruhig nur unten drauf bleiben. Klar, dann machst du schneller. Genau, eine Ruhe, komm! Einmal nochmal runter. Ganz runter. Wollt ihr nochmal mitfragen? Das ist die erste Frage. Das ist genau mein Ding, der kommt. Jetzt wird er aber sehr schnell. Soll ich jetzt runter? So, alles klar. Komm mal ganz bequem an hier. Ganz bequem anfangen. Weißt du, wieso das geil ist? Warum? Weil ich da nicht mehr so trinken muss. Okay, let's go! Hahaha! Was trägt den Kursi? Hahaha! Ja! Geht los! Ja! Ja! Hahaha! 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 Wenn ich jetzt den Kölsch getrunken hätte, würde ich auf jeden Fall feiern. Während meiner Erzeugung wurde meine Mutter auch so geschleudert. Was reibt sich auf Uschi? Von außen war das wirklich ein Fest. Wie warst du dich? Ja, nach sechs Jahren das erste Mal. Das ist krass! Ey, sagt Bescheid, weil der hat uns gerade echt korrekterweise Ehrenkarten gegeben. Grüße gehen nochmal raus an den Breakdance. Das ist korrekt. Habt ihr gesehen, wie ich mitgefahren bin, ne? Ja! Aber es war klar. Eine Runde. Wie war's denn? Wie war's denn? Das war cool. Es hat jetzt sechs Jahre gedauft, bis ich nochmal raus saß. Das hat echt Spaß gemacht. Sechs Jahre. Zwei Leute, die hier Spaß haben. Ich hab hier jetzt Spaß. Vier mal seit Sonne Beach. Sorry? Kann es sein, dass du mir gerade ein leeres Glas gegeben hast? Bei den Jungs ist ja voll. Habt ihr selber nicht mitgerechnet? So, jetzt nach so einem Tornado würde ich sagen, sollten wir schießen gehen. Kommt, mach mal's. Hast du so eure Waffe? Da hast du eure Waffe. Kann auch hier, ne? Die Rusi. Nicht mit der Waffe. Aber ich wollte ja die Rosis machen. Dann nehmen wir die von den 100 Schuss weg. Ja, ja. Weil ich hätte Bock, so eine Rosi. Ich erschieße jetzt so ein Rosis-Sami. Na ja, welche Rosenfarbe willst du denn haben? Oh, da. Soll ich so noch hinballern? Auf Bernstein-Ivole? Wolltest du die Großen oder was? Ich fahr' keinen Breakdance. Der ist geschafft. Ja, eine Gelbe. Und da haben wir denn jetzt geschossen. Nach vier Schüssen war das Ding unten. Ich mach' auch Rosen. Mach' auch Rosen? Ja. Auch für dich? Ja. Der alte Schammer. Der alte Schammer. Der alte Schammer. Ich geh' mal auf Bachelorette-Liveau, ne? Gucken wir's schaffen. Drei Schüsse, ne? Der alte Schammer. Glaub ich jetzt weiter machen, oder? Also wir haben drei Schüsse eine Rose geholt, ne? Ja. Ja, ist doch leicht. Ja. Einer ist weggeblieben. Drei Schüsse mal. Also wir haben 51 Punkte bekommen. Genau. Was sucht man denn cooles aus? Das, was ausgesucht wird, wird verlust an jemanden, der jetzt einen Kommentar schreibt. Mit, äh... Ne, mit Tornado. Tornado in die Kommentare. Und dann kriegt ihr jetzt hier das Dream Angel-Set. Die Dartscheibe und da diese Schleuder, diese Waterschleuder. Dankeschön. Tornado. Jetzt in die Kommentare. Und dann habt ihr hier die Chance auf Dartscheibe und Wasserballschleuder. Das ist doch was, oder? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, ich dachte, zum Autoscooter. Achso. Achso. Du drehst mich jetzt zum Autoscooter, weil da hat der Marc auch drauf. Und Jan kann denn nicht mal Auto fahren? Das macht das. Ich würde früher mal mit meinem Papa fahren und mich ansteigen. Die Autoscooter? Ja, no joke. Da kann man sich ansteigen? Ja, ja, es gibt glaube ich so eine Schlaufenkurte da. Ja, ja, ich... Wir sind aber... So was schon ready, Bro. So, gegangen. Der Mann ist am ersten Mal am Steuern. Und das zweite Mal oben. So feist ein Auto. Das seid sehr gut. So rein, rein da, rein da ... Kannst du nicht. Wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich auf der Ausdauer kommen. Genau. Nein, natürlich nicht. Meine Beine sind gebrochen, ey. Meine Augen sind gebrochen. Also, wir werden jetzt noch ein bisschen was essen. Und jetzt gehen wir nochmal auf die wilde Maus drauf. Ganz hinten am Ende von der Kirmes. Ich bin auch gespannt darauf. Es ist auch schon sechs Jahre her, dass ich da zuletzt drauf war. Wozu gehe ich diese Gefahr immer wieder aufs Neue? Ey, davor habe ich wirklich selber auch Angst. Ja, davor habe ich Angst. Weil das so hoch ist. Das ist wirklich der einzige Schisshase-Typ hier. Das ist wirklich witzig. Wieder mal so auf Fützensmarkt im Rotten. Alles safe hier, Jungs. Alles safe. Okay, Angstlevel sei ehrlich kurz. Null. Null. Bei dir Angstlevel? Null. Bei mir Angstlevel null. Oh, ja. Bei dir? Neun. Ich habe so Angst, ne? Ich habe so Angst, ne? Ach du Scheiße. Ey, Jan. Wenn ihr mich nochmal fragt gegen dich. Ich hab echt Angst. Ich war überall drinnen. Mit Augen zu, Alter. Oberkörper frei. Da steht zwischen sechs und acht Jahre. Ist in Begleitung von Erwachsenen möglich. Oh nein, 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 nein. Ich hab so Angst. Sind eigentlich Paradies-Äppeln? Nein, 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 nein. Hast du eigentlich Final-Destination gesehen, wo die auf dem Ritz noch waren? Jetzt kommt der mir hier mit Final-Destination an. Weißt du was mir grad einfällt, weil die hatten auch ne Kamera dabei und die ist runtergefallen und alles ist gestorben. Stimmt. Das war wegen einer Kamera. Ich hab wirklich Angst, hör auf. Kennst du Final Destination? Ich hab wirklich Angst. Der Dom ist so schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben so ein schönes Zuhause. Die Kamera! Okay. Ja, das ist prima. So wie du filmst, sieht man gar nichts. Ja, tut mir leid. Ich achte nur, dass sie nicht... Nein! Die darf nicht fallen! Der Ding ist abgehoben. Die darf nicht fallen. Ah, jetzt siehst du. Aua! Ist ja schon... Okay, Kamera geht, aber halt die fest. Ja, ja, wir sind ja schon durch jetzt. Ey, die hat aber Spaß gemacht. War das Feedback? War cool. Ich hatte Angst um die Kamera. Aber hast du auch Final Destination? Ey, ich hab mir so in die Hose geschissen, ne? Ja, die ist runtergefallen. Ich kann jetzt schon in den Kauf. Ich glaub, wir haben ein bisschen zu laut geschrieben. Kann das sein? Was? Dass die nicht kam! Nein! Die Kamera! Ja, war der Hammer. Ey, ehrlich gesagt, das hat echt gewonnen. Ohne Witz. Ja, es hat geboxt. Und wie war's Jan? Kennst du Final Destination, wo die Kamera verlieren und alle sterben? Und da hab ich grad dran gedacht, weil ich hatte ja auch ne Kamera gehabt. Das war unser heutiger Tag auf der Deutscher Kirmes. Es war sehr cool. Und ich fand's auch sehr, sehr cool, dass wir auch so viele Fahrgeschäfte draufgekommen sind. Ich war da seit Jahren nicht drauf und ich hatte irgendwie so viel Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich musste gehen, mir ist tatsächlich ein bisschen frischer. Und ich Wintermensch bin. Das wird bei mir ein großer Hochschutz. Ich hab mich aber heute nicht mit rumbekeckert. Ich hatte überlangst, außer wilde Maus. Ist das stimmt? Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, Leute. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei waren. Hey, danke euch. War ein geiler Tag. Hat wirklich Spaß gemacht. Checkt die Kanäle in der Videobeschreibung ab. Alles ist ganz oben verlinkt. Wir hatten Spaß. Wir sind raus, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschau. Tornado in die Kommentare, weil dann habt ihr die Möglichkeit, Dartpfeil und Wasserschleuder zu gewinnen. Wichtig. Tschüss. Tschüss.